Audio läuft, Video läuft, gut, so ein bisschen adjusten, okay, ja passt schon, so, 1, 3, 2. Warum bin ich ständig in eine Einzellobby? Der Wahnsinn. Jetzt mal einmal in einer guten Runde drinnen. Dann würde man aufnehmen und man kommt in eine Einser-Lobby rein. What the fuck? Lass mich doch einfach nur in den Lobby reingehen mit Leuten. Leckt es mich doch alle am Arsch.